Ah, verdammte Scheiße. R.V. Rage-Mode. Berennt. Das macht gleich noch was ganz anderes. Guckabisch. Wie kann der Sack mich überholen? Ich habe eine viel größere Topspeed als er. Ja, ich. Ich bin ein Boss. Boah, ich habe eine Dreier-Traube hinter mir. Es ist so schlimm. Okay, diesmal habe ich das Ding schneller geholt. Jetzt nur noch gewinnen. Oh, nein. Wer will mich erwischt noch einer? Ja. Den schnappe ich mir in den zwei Spielerinnen und mache ihn kalt. Ohne dass ein zweiter Spieler hier ist. Ja, hast du verdient. Und jetzt folgt doch das Recht. CTR-Chip erholten. Wir schauen ins Menü und da haben wir es. Schädelfels, CTR-Chip und die anderen beiden CTR-Chips. Aber wir sind noch nicht ganz fertig hier. Wir sind noch nicht ganz fertig hier. Na, 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 na. Im Moment mache ich Aufnahmen von zwei Fun-Racern. Christian Racing und Sonic & Sega All-Stars Racing. Aber All-Stars Racing wird viel schneller vorbei sein als das hier. Hm, ich habe noch nie geschafft, alle Kisten hier anzusammeln. Und ich weiß nicht, warum man nicht springt, wenn ich die Taste drücke. Die Kisten können in diesen Überlegtrennen auch sehr ausgefallen platziert werden. Allerdings nicht so bizarr wie die CTR. Kiste. Kiste. Dreier Kiste. O.R. Okay, viel Zeit darf ich nicht mehr verblendern. Da müsste ich plötzlich in die andere Richtung gehen. So ein böses Genie sein als seine Typen. Hmmmm... Gucken wir mal Bandicoot Power... Gut, das schaffe ich noch. STRIKE! Sechs Relikte... Äh... Face Power... Nein, sechs Kissen hätten mir gefehlt... Egal... Ja... Sonic Shadow Fusion... Cool, ich hab sogar meine alte Bestheit geschlagen... Zurück zur Karte... Mehr will ich ja gar nicht... Ja, dafür gibt's wieder so ne Sequenz... Hehehehe... So, ich hab hier ein Relikt verdient... Ich habe alle verdient... Aber nein, ich muss es ja euch erst noch beweisen, dass ich sie verdiene... Gut, ich schätze mal die... Strecken hier... Die in diesem Gebiet sind mach ich noch... Und dann mach ich die Ausnahme... Dann mach ich die Ausnahme erstmal zu... Dann hab ich erstmal was... Für die ersten Tage nach meinem Urlaub... Und dann... Hm... Nee, der wird ja doch... So schnell zu stark wie... Der wird ja zwar jetzt... also... so schnell zu stark wie... mhm... ... 세�er... äh... ... das geht doch nicht... Gasflasche. Jetzt brauche ich eine Gasflasche. Ich weiß, die für die anderen nicht versteckt sind. Also, eins weiß ich, es ist dein Lava-Ding. Ah, nein. Nein. Warum hat er den Scheiß Sprung nicht genommen? Jetzt brauche ich echt nur noch das C. Oh, nee. Ich zerquatsche dich. Dazu brauche ich eine Gasflasche. Wenn man von Teufel spricht, soll ich bin viel zu weit weg. Ich weiß nicht, was das weh geht dann. Boah. Danke, wer auch immer das Ding platziert hat. Jetzt ihr beiden. Der böse Genie hat seine Maske dabei. Oh, du machst den Power. Der richtige kriegt's ab. Oh, das hat funktioniert. Yes, sir. Fällt in seine eigene Kiste. Okay. Und ich bin durch. Mit allen Buchstaben. Haha. T-T-R. Chaos-Todes-Rampe. Blöd, dass sie...